Musik 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 Jo Leute, ja, endlich gibt es mal wieder ein neues Video von mir, ich war jetzt eine Woche lang nicht da, ja, lag einfach daran, dass ich erkältet war und nicht wirklich reden konnte, ich denke, man kann es auch noch hören, meine Stimme ist noch nicht ganz wieder fit und ich rede so ein bisschen durch die Nase, weil die ist noch ein bisschen dicht, das hört sich dann so ein bisschen, warte, das ist nicht gerne, schön zu hören, muss ich sagen, aber ich hoffe, es ist halbwegs aushaltbar, ich habe einfach mal wieder Lust, ein Video zu machen und heute geht es um die Nachtmaps, die es jetzt neu in der CTE von Battlefield 4 gibt und zwar Zavotte 311 und Goldmode Rayway, ihr seht im Hintergrund natürlich schon ein bisschen Gameplay davon und man kann sich natürlich erstmal fragen, sind diese Maps zu hell? Ja, und ich muss sagen, auf den ersten Blick wirken sie auch wirklich zu hell und es sieht nicht wirklich nach einer klassischen Nacht aus, es ist einfach zu hell dazu und da gebe ich euch vollkommen recht, aber ich finde auch nicht, dass man die Maps jetzt zu dunkel machen sollte, denn wenn man sie zu dunkel macht, dann, ja, was machen die Leute? Die Leute schrauben ihre Gamma-Werte vom Monitor hoch, damit sie besser sehen können und dann hat man einen extremen Nachteil gegen diese Leute und das macht dann auch nicht so wirklich Spaß, also es muss eine gute Mischung sein, ich finde auch, das sieht ein bisschen hell aus, aber ich glaube, das liegt einfach so ein bisschen an dem Blaustich. Die Maps sind nämlich extremst blau, muss ich sagen und wenn man das so ein bisschen abändert, das habe ich jetzt mal tatsächlich in Photoshop versucht, ich weiß, ich bin kein Photoshop-Expert, aber so ein bisschen habe ich da auch was hingekriegt und zwar so sieht es vorher aus und als ich mich dann dran gesetzt habe, sah es so aus und ich finde, meine Version sieht schon ein bisschen besser aus, es wirkt auch einfach ein bisschen dunkler dadurch, dass dieser Blaustich nicht mehr gegeben ist und vielleicht könnte DICE das ja so ähnlich machen, dass sie einfach diese blaue Farbe da rausnehmen, um das Ganze ein bisschen dunkler wirken zu lassen, ohne es wirklich dunkler zu machen. Ich glaube, das wäre eine ganz coole Lösung, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet und wenn es euch gefällt, vielleicht auch in die DICE-CTE-Foren, denn nur dort können sie es sozusagen sehen und ändern. Ja, und dann kommen wir mal zum nächsten Punkt, den ich so ein bisschen hatte und zwar das 3D-Spotting und ich finde, das macht die Nachtmaps einfach kaputt. Ich meine, in der Nachtmap soll man sich ja vielleicht so ein bisschen unsichtbar fühlen, man kann sich irgendwo verstecken, man kann irgendwo im Gras liegen und man wird nicht unbedingt gesehen, doch was bringt es einem, wenn man ein riesengroßes Dreieck über dem Kopf hat? Ich finde, das macht das einfach so ein bisschen kaputt, habe ich ja eben schon gesagt und von daher habe ich jetzt nur den Classic-Modus gespielt, da ist nämlich das 3D-Spotting deaktiviert und ich finde, das macht viel mehr Spaß mit diesen Maps. Doch da sollte DICE vielleicht auch noch eine Zwischenlösung finden, denn der Classic-Modus ist natürlich ein bisschen anders als der normale Modus. Zum Beispiel ist es im Classic-Modus so, dass man ja sozusagen nicht mehr geheilt wird automatisch, das heißt, man braucht auf jeden Fall ein Matkit dafür, dass sich die Gesundheit wieder auffüllt und ja, ich finde, da sollten sie irgendwie noch eine Zwischenlösung finden, irgendwie einen Standard-Modus ohne 3D-Spotting, damit das vernünftig spielbar ist, weil ich weiß nicht, ob das nur meine Meinung ist, ich liege da gerade im Gras mit einem Schalldämpfer und einem Thermal-Visier, welche übrigens wirklich cool sind auf den Nacht-Maps und denke, ah, da ist ein Gegner und ich bin hier gerade wirklich ganz geheim undercover und auf einmal, pff, tot. Ja, woran lag es? Ja, ich wurde gespottet, vielen Dank, ja, ich finde, das soll auf jeden Fall raus bei den Nacht-Maps, weil das macht da einfach keinen Sinn und die Dreiecke sind auch viel zu hell dafür, das heißt, man weiß auf jeden Fall sofort, wo der Gegner ist, weil es so ein hoher Kontrast ist, also DICE gefällt mir dann nicht so. Dann, wie eben schon angesprochen, die Thermal-Visiere sind wirklich gut gelungen, ich habe gelesen, die wurden jetzt nochmal überarbeitet, gefällt mir wirklich richtig gut, machen richtig Sinn auf diesen Nacht-Maps und ich kann es mir wirklich vorstellen, damit herumzulaufen. Man hat halt den Nachteil, man kann auf dem Nahkampf nicht mehr so gut agieren, weil die halt einen Zoom drin haben, aber ansonsten sieht man die Gegner einfach mega gut und das gefällt mir echt gut. Das eine Problem, was es jetzt noch gibt, ist, dass es auf Gold mit Ray-Vale ein bisschen verbuggt ist und zwar, wenn man aus diesen Visieren herauszoomt, wird die Map einfach wieder hell. Das ist, denke ich mal, nicht so gewollt und die Map wurde auch gerade aktuell in der CTE deaktiviert, das heißt, die kann man gerade gar nicht spielen, liegt einfach, denke ich mal, an diesem Bug und wenn das gefixt ist, wird es auf jeden Fall auch wirklich cool da sein. Da hatte ich jetzt nicht so viel Freude auf Gold mit Ray-Vale damit, aber auf Zawod 311 haben diese Visiere wirklich Spaß gemacht und ich finde, sie machen endlich wirklich guten Sinn. Ja, dann habe ich noch etwas gesehen, was mich wirklich irritiert hat und zwar blendet der Mond. Habt ihr schon mal einen Mond gesehen, der einem richtig blendet? Also ich noch nicht, in der Battlefield anscheinend schon. Das sollte auf jeden Fall geändert werden, das ist einfach zu krass. Man guckt in den Mond rein und sieht einfach gar nichts mehr und dadurch ist die Map auch so ein bisschen aufgebaut, dass man in einer Richtung ganz gut sehen kann und in der anderen Richtung halt gar nichts, weil der Mond einblendet und ich finde, das ist ein bisschen, ja, inkonsistent sozusagen. Das sollten sie auf jeden Fall noch ändern, dass der Mond nicht ganz so krass blendet. Und gleichzeitig natürlich dann den Blaustich raus. Ganz logisch, habe ich ja eben schon gesagt. Ja, und das waren so meine Punkte dazu. War jetzt nur so ein kurzer, erster Eindruck. Ich habe die gestern mal ein bisschen gespielt. Könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren und probiert es auf jeden Fall aus. Es macht Spaß, kann ich sagen, unter cte.battlelog.com. Und das war es jetzt. Ja, ich würde mich sehr über eine Bewertung freuen und mein Name ist MeherQuest und ich bin jetzt raus. Ciao!